Die Stimulation Expansion Mini hat einen revolutionären neuen Verschluss, der aufräumen soll mit ekelhaften Steckbull-Dichtungen. Wie gut dieses System ist und ob es sonst auch noch eine gute Pfeife ist, das gucken wir uns heute im Review an. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja Freunde, die Cinematics habt ihr gesehen. Der Ersteindruck von der Pfeife, wie ich finde, sehr sehr schön, aber da gehen wir gleich noch in aller Ruhe drauf ein, weil wir haben heute natürlich wieder unsere ganz normalen Review-Punkte, die wir da nach und nach durchgehen und abarbeiten. Aber erst nochmal ein paar Worte zu der Pfeife. Ich war erstens sehr, sehr überrascht, dass Stimulation direkt wieder das nächste Produkt am Start hat. Es ist nicht lange her, dass die Pro X Mini kam. Es ist nicht lange her, dass die Pro X Prime kam. Und auch nicht lange her, dass die Pro X 3 kam. Und all diese Pfeifen kamen in einem sehr kurzen Zeitraum. Und dann kam die Nachricht, Stimulation hat schon wieder die nächste Pfeife am Start, die Expansion Mini. Da konnte man vom Name her schon mal vermuten, dass es eben keine aus der Pro X Reihe ist und dementsprechend vielleicht was etwas anderes sein könnte. Und was anderes haben wir definitiv bekommen. Expansion Mini, der Name sagt es schon, es ist eine kleine Pfeife, die den neuen Expansion-Verschluss hat. Wie gut er ist, gucken wir uns nach und nach an. Die Feature-Liste ist aber lang und deswegen fangen wir auch direkt an. Da das neue System, der Expansion-Verschluss, aber gar nicht so richtig in meine drei Kategorien bei den Reviewen passt, Verarbeitung und Qualität, Design und Optik und auch Rauchverhalten, machen wir den direkt am Anfang. Da habe ich aber erstmal noch einen anderen Clip für euch, den ich euch vorher zeigen will. So, das geniale Expansion-Feature gucken wir uns jetzt einmal noch ein bisschen genauer an. Ich habe drei Bowls geschnappt, es sind zwei von Cesar, einmal hier von Ocean, einmal von Mose und dann haben wir hier noch die Standard-Bowl, die mit dabei ist. Ich habe das Ganze jetzt als erstes mal auf die Ocean Bowl und wie ihr seht, sitzt das Ganze extrem locker. Also so könnte man eigentlich gar nicht rauchen, wäre auch vermutlich nicht dicht. Wir haben hier unten ja diese zwei Ohrringe, den kleinen weißen und den großen schwarzen. Wir können das Ganze hier mal ein kleines bisschen vorspannen. Dazu drehen wir das, wenn man von unten drauf gucken würde, einfach im Uhrzeiger sind. Man muss das ein bisschen vorspannen, damit dieser Ring hier Kontakt zu der Außenseite von der Bowl hat. Das wäre jetzt gegeben, also ihr seht, die rutscht nicht mehr einfach rein. Aber ich muss hier fast keine Kraft aufwenden, um das einmal festzumachen. Wenn ich jetzt hier heben würde, es war schon genug, sodass es nicht rutscht. Aber ihr seht, es wackelt ganz schön und es würde auf jeden Fall fallen, wenn ich die Pfeife jetzt da dran heben würde. Wenn wir jetzt aber, also ich drehe jetzt mal das Glas, damit das Logo für euch vorne bleibt. Ihr könntet normal auch einfach so die Pfeife drehen. Aber wenn ihr das Ganze jetzt dreht, merkt ihr schon, dass das immer schwieriger wird. Und jetzt ist das Ding bombenfest. Also ich kann jetzt hier, man sollte das natürlich niemals machen, wenn man so eine teure Bowl da drunter hat. Aber Leute, das ist wirklich bombenfest. Ja, also keine Ahnung. Es ist mir noch nie rausgerutscht, es ist noch nie abgerutscht. Ich würde trotzdem niemals empfehlen, die Pfeife hier zu tragen, weil es könnte immer mal sein, dass da irgendwie Seifenrückstände sind und dann wird das Ganze ein bisschen rutschig oder das Wasser reicht schon aus, um das Ganze rutschig zu machen. Niemals eine Steckpfeife und am besten generell keine Pfeife hier oben tragen. Immer hier unten greifen an der Bowl. Dann kann nichts passieren. Wenn wir jetzt geraucht haben und die Pfeife wieder auseinandernehmen wollen, wir die aber so natürlich nicht abziehen können, also ich ziehe den Kraft wirklich mit ordentlich Kraft, dann drehen wir das Ganze einfach wieder in die andere Richtung. Einfach ein paar Umdrehungen. Dann löst sich der O-Ring und dann können wir wieder ganz einfach, ich könnte auch noch ein bisschen weiter drehen, so können wir ganz einfach hier die Pfeife wieder abziehen. Und das funktioniert wirklich unglaublich. Das Draufstecken und Festdrehen funktioniert wunderbar. Das Abziehen bzw. das Freidrehen und dann wieder Abziehen von der Bowl funktioniert wunderbar. Es ist wirklich ein geniales System, was hervorragend funktioniert und für mich normale Dichtung um Welten geschlagen hat. Weil wir haben ja nicht nur den Vorteil, dass wir so das 100% dicht und gerade und generell schön hinbekommen, sondern es gibt ja auch noch den anderen Vorteil, dass es viele Bowls gibt, die hier eben nun mal unterschiedlich groß sind. Und dann muss man manchmal die Dichtung abschneiden oder immer Wasser da dran feuchten, damit das reinflutscht und so. Es ist wirklich unglaublich nervig, dass dann, wenn die eine Steckpfeife auf die eine Bowl passt, sie niemals auf die andere Bowl passt. So als Beispiel. Hat man leider sehr, sehr oft. Wir sehen zum Beispiel hier, also hier ist jetzt noch ein kleiner Widerstand. Na, hier ist eigentlich fast gar nichts mehr. Hier sitzt das Ganze, also wir berühren den Rand, aber wir haben sonst keinen Widerstand. Wenn ich hier jetzt mal die Standard Bowl nehme und wir das da drauf setzen, dann sehen wir schon, dass das hier komplett drauf rumwackeln würde. Heißt, der Durchmesser von dieser Bowl hier oben ist größer als bei der, die wir eben hatten. Und so könnte ich das jetzt auch nicht festdrehen, weil wie gesagt, der O-Ring, ihr seht das hier, der hat einfach keinen Kontakt zu der Wand. Das heißt, wir müssen hier einfach ein kleines bisschen vorspannen. Wir drehen den schon ein bisschen zu. Jetzt haben wir Kontakt, aber es geht immer noch um sie drauf. Jetzt können wir die Pfeife einfach ein bisschen drehen und zack, dann sitzt das auch hier bombenfest drauf. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich dicht unten in der Bowl, auf der anderen Seite haben wir einen hervorragenden Sitz und das, obwohl der Durchmesser von dieser Bowl grundliegend unterschiedlich ist zu dem von der anderen Bowl. Also genau das, was uns dieses System bringen soll, konnte man hier anhand von den beiden Bowls einmal zeigen. Okay, soviel zu dem Feature. Absolut genial, funktioniert hervorragend. Megageile Idee. Falls ihr euch eine Stimulation kaufen wollt, habe ich übrigens einen Affiliate-Code, der nicht nur mir ein klein bisschen Provisionen bei einer Bestellung von euch bringt, sondern auch euch noch was bringt und zwar 40 Euro kostenloses Zubehör zu jeder Stimulation-Pfeife. Kuss an jeden, der das supportet und sich noch ein bisschen kostenloses Zubehör mitnimmt. Ja, jetzt habt ihr das Ganze nochmal nah gesehen, wie das so funktioniert. Ich bin wirklich komplett mindblown. Bei einer 200 Euro Pfeife, die made in Germany ist, Stimulation übrigens immer made in Germany, ist das wirklich ein krasses Feature. Wie oft hatte ich schon Probleme mit Steckballs, dass die eine Bowl zu der einen Pfeife passt, aber die Pfeife dann nicht auf eine andere Bowl passt und selbst wenn es passt, ist es manchmal locker oder total der Akt, überhaupt die Bowl da drauf zu bekommen. Ich habe sogar ein extra Video gemacht, der Steckball-Guide, in dem ich erkläre, wo, warum und was man machen kann, wenn nicht und so. Also falls ihr da Steckballs habt und noch nicht die Simulation-Expansion-Mini habt, dann guckt euch vielleicht mal dieses Video an. Aber genau dieses Video zeigt ja, wie sehr gebraucht dieser Verschluss ist und dass er dann noch so gut funktioniert, ist perfekt. Das einzige Problem bei der Geschichte ist eigentlich nur, dass Simulation da wahrscheinlich ein Patent drauf hat und ich das eigentlich gerne auch an anderen Pfeifen sehen würde. Aber gut, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, also das Expansion-Paket erstmal vorne weggenommen, kommen wir jetzt aber doch zu unseren normalen Review-Punkten. Angefangen mit Verarbeitung und Qualität. Kann ich aber wieder relativ kurz halten, es ist eine Stimulation, es ist made in Germany, die Qualität ist 1A. Aber dieses Mal hatte ich ein kleines Manko und zwar kam ein Schlauch-Schliff-Anschluss mit einer kleinen Macke. Das sollte bei Simulation eigentlich nicht passieren. Wir waren ja schon im Werk, wir haben uns angeguckt, wie viel da aussortiert wird, wie akribisch die Qualitätskontrolle ist, aber vielleicht auch, weil es ein Vorabmodell war, kann man natürlich nie genau sagen, ich hatte einen Schlauch-Anschluss mit einer kleinen Macke. Wenn man aber bei einer Marke wie Simulation kauft, dann hat man auch den entsprechenden Kundensupport. Also kurz den Kundensupport von Simulation geschrieben und ruckzuck ein Austauschteil am Start gehabt. Und von daher keine Probleme. Kleinere Fehler, also sie sollten natürlich nicht auftreten, aber selbst wenn sie auftreten, ist das der nächste Test, den ich starten kann, wie gut ist der Kundensupport und der hat mir 1A geholfen, schnell, akribisch und genau war dann mein neues Teil da und dann war alles wieder gut. Von daher kann mal passieren, Hauptsache es wird dann perfekt gelöst. Man muss aber dazu sagen, hat man bei Simulation wirklich extrem selten, dass man davon Gebrauch machen muss. Aber wenn man davon Gebrauch machen muss, auch mal gut zu wissen, dass das gut funktioniert. Abgesehen davon, der Schliff funktioniert wunderbar, das System mit den Gewinden läuft 1A, auch der Tellerschliff ist super, im Edelstahl habe ich keine Macken. Es ist halt Simulation, Freunde. Ich könnte jetzt wieder zum 18. Mal irgendwelche Lobeshymnen starten, aber wir wissen, dass mittlerweile Simulation steht für wunderbare Made in Germany Qualität und genau das bekommen wir eben auch. Zwischendurch sei kurz gesagt, Freunde, wenn ihr diese sehr aufwendigen Videos schätzt, dann würde ich mich über euren Support in Form von einem Daumen nach oben, einem Abo oder vielleicht sogar einer Mitgliedschaft sehr, sehr freuen. Kuss an jeden, der das Ganze hier supportet. Der nächste Punkt, Design und Optik. Wie gefällt mir die Pfeife? Wie ist das mit den Blow-Offs gelöst? Erstmal von der grundlegenden Optik bin ich sehr begeistert davon, dass Simulation jetzt eine kleine Steckpfeife macht und wir die Möglichkeit haben, kleine Steckbolts zu benutzen. Da habe ich lange drauf gewartet. Jetzt haben wir das endlich und ich finde es sehr gelungen. Was ich auch cool finde am Design ist, dass die Designsprache grundlegend übernommen wurde und weitergedacht wurde. Das große Feature von der Expansion Mini ist ja das Expansionsystem durch den O-Ring unten an der Base. Und diese O-Ringe findet man eben nicht nur unten an dem Expansion-Verschluss, sondern auch nochmal zwei an der Base. Den einen am X-Blow-Off, das kennen wir ja schon, aber auch am Schlauchanschluss haben wir nochmal einen von den O-Ringen. Finde ich cool. Ist einfach eine in sich geschlossene Designsprache, die dann eben umfänglich wirkt. Abgesehen davon haben wir natürlich wieder den X-Blow-Off, aber wir haben den X-Blow-Off Basic. Was bedeutet, dass der zwar im Lieferumfang dabei ist, uns aber nicht zwei X-Blow-Off-Adapter geliefert werden, sondern einer. Man könnte auch noch einen zweiten nachrüsten und hat dann den kompletten Umfang. Es ist aber sozusagen der X-Blow-Off Basic plus Basic, weil wir nur einen von den zwei X-Blow-Off-Adaptern bekommen, plus aber, weil wir den Teller mit dabei haben. Wir haben nämlich hier einmal einen Ring, den man in vier verschiedenen Varianten ausrichten kann. Nach unten, zur Seite, nach oben und aus. Der Teller ist an oder aus. Diese Kombinationsmöglichkeiten ergeben dann eure Gesamtzahl an Blow-Offs. Wenn euch das immer noch nicht reicht, könnt ihr euch noch einen zweiten X-Blow-Off-Adapter mit einer kleinen Verlängerung dazukaufen und dann könnt ihr hier unter dem Teller nochmal so einen Ring anbringen wie hier. Ihr könnt aber auch mit dem einen Ring aussuchen, ob ihr den unten oder oben montieren wollt. Theoretisch hat man dadurch natürlich nochmal mehr Blow-Off-Möglichkeiten. Ich muss sagen, mir reicht ehrlich gesagt der eine Ring. Ich muss die Pfeife nicht unbedingt größer haben. Mir reicht die Blow-Off-Auswahl auch so. Ich finde es mehr als ausreichend und für mich passt das, aber wenn da eben jemand das Verlangen nach noch mehr Blow-Offs hat, dann kann er das eben stillen. Ich zeige euch einfach mal ein paar Blow-Offs. Ihr habt ja auch schon ein paar gesehen. Das wäre jetzt von unten nach oben und Teller an. Wir können aber den Teller hier auch einmal im Uhrzeigersinn drehen, sodass wir den ausschalten und dann könnten wir hier das Ganze zum Beispiel noch auf... Machen wir mal zur Seite. Also oben ist jetzt aus, der Teller-Blow-Off ist aus und unten entlüften wir jetzt zur Seite. Und so sieht das dann aus. Also die Blow-Offs funktionieren wunderbar. Das X-Blow-Off-System kennen wir schon. Das X-Blow-Off Basic Plus kann man sich dementsprechend auch herleiten, was das dann ist. Funktioniert, sieht gut aus, können wir abhaken. Was bei der Optik aber noch ein klein bisschen reinfällt, aber eigentlich auch später noch ins Rauchverhalten, ist die Dip-Tube-Control. Wir haben ja schon bei den anderen Stimulation-Pfeifen von dem Dip-Tube-Control-System gehört. Das haben wir jetzt auch bei der Expansion Mini, aber ein kleines bisschen anders. Wir hatten bei den verschiedenen Stimulation-Pfeifen zwischen 7 und 9 mit dem Cooling-Diffusor sogar 10 verschiedene Stufen, wie wir die Länge des Tauchrohrs einstellen konnten. Bei der Expansion Mini sind es nur 5, sind aber meiner Meinung nach absolut ausreichend. Es ist aber so, dass dieses System bei der Pfeife noch viel mehr Sinn macht als bisher. Die Stimulation-Balls konnten natürlich von Stimulation selbst genauso gefertigt werden, wie die gebraucht sind. Dadurch, dass die Expansion Mini aber auf verschiedene Steckbolls passt, ist nie ganz abzusehen, wie lange das Tauchrohr wirklich sein muss, um den Wasserstand perfekt zu haben. Daraus ergibt sich ein Problem. Manche Steckpfeifen passen nicht auf manche Bowls, weil entweder das Tauchrohr zu lang ist und unten aufschlagen würde oder das Tauchrohr ist zu kurz und mit der Bowl-Form bedingt würde man dann eben Wasser ziehen, wenn man ohne Diffusor raucht, manchmal sogar mit Diffusor. Dem ist aber ein Ende gesetzt. Hier können wir eben anpassen, haben wir eine etwas höhere, kleine Steckbowl, könnten wir das Tauchrohr einfach ein bisschen verlängern und es sieht wieder gut aus. Haben wir eine Bowl, die extrem kurz ist, also eine etwas kleinere Bowl, können wir das Dip-Tube-Control so einstellen, dass das Tauchrohr möglichst kurz ist. Außerdem kann man das eine Stück umdrehen, sodass man entweder den Diffusor an- oder aus hat. Allein auf der kleinsten Stufe kann man den Diffusor nicht anmachen. Stört mich aber nicht, weil die erste Stufe wirklich minimal ist, eben genau so, dass man den Diffusor anmachen kann und ich hatte noch keine Bowl, wo das kurze Tauchrohr mit Diffusor dann so kurz oder so lang war, dass es eben nicht mehr auf die kleine Bowl gepasst hat. Also auch das eigentlich gut gelöst und deswegen auch wichtig, wenn es ums Design geht, weil man kann sehr viele verschiedene Bowls nutzen. Man kann sie sogar auf größere Bowls packen, finde ich persönlich absolut nicht schön, ist aber technisch bedingt durch das Dip-Tube-Control-System möglich. Haben wir also Design und Optik abgehakt und kommen nun zu meiner Meinung nach wichtigstem Punkt, wenn es um eine Pfeife geht und zwar das Rauchverhalten. Das Rauchverhalten lässt sich bei der Pfeife aber natürlich wieder ein bisschen anpassen. Auch wenn wir in die Kategorie des Rauchverhaltens gehen, haben wir natürlich wieder ein paar Stimulation-Feature dabei, die nicht fehlen dürfen. Wir haben das High-Flow-System, wobei ich mich ehrlich gesagt gewundert habe, dass das bei der Pfeife dabei ist. Das High-Flow-System war die Optimierung in der Base für den Durchfluss der Luft beziehungsweise des Rauchs für mehr Durchzug. Bei den anderen Pfeifen von Stimulation, gerade bei der Pro X3, konnte ich das sehr nachvollziehen, dass das System am Start ist, weil der Durchzug bei der Pro X2 ja nicht hervorragend war. Gut, aber nicht hervorragend. Und da hat es Sinn gemacht, nochmal nachzulegen. Und da verstehe ich auch, dass man da ein System für entwickeln muss, dass man auch testen muss, damit man mit den Kugeln und dem doppelten Rückschlagventil oder dem APS beziehungsweise dem Perch Pro System immer noch einen guten Durchzug gewährleisten kann. Es war auch schon der Pro X-Prime, jetzt auch in der Stimulation Expansion Mini. Und unterm Strich kann ich sagen, der Durchzug ist hervorragend. Also auf einer Skala von 0 bis 10 würde ich da eine solide 9 geben. Also es dauert wirklich nicht lange und man hat einen kompletten Zug in der Lunge. Ein weiterer kleiner Punkt bei der Optik, den ich noch erwähnt haben möchte, ist, dass wir bei der Expansion Mini einen eigenen, sehr kurzen, sehr kleinen Schliffanschluss haben für Stimulation. Sowohl die Pro X Mini als auch die Pro X Prime hatten beide den normalen 18-8er Schliffanschluss von Stimulation. Das war da etwas groß und ich bin froh, dass es bei der noch kleineren Pfeife, der Expansion Mini, anders gelöst wurde, sodass wir hier nicht an der Base einen normalen 18-8er hier abstehen haben, wo dann der Schlauch drankommt. Finde ich cool, sieht gut aus, auch noch mit dem O-Ring versehen, gefällt mir. Die Dip-Tube-Control hatten wir eben schon ein wenig besprochen, was Design und Optik angeht, aber natürlich auch beim Rauchverhalten hat das nochmal gewisse Vorteile. A, kann man sich die Wassermenge eben genau so einstellen, wie man das gerne hätte. Manchmal hat man auch einen Schluck zu wenig Wasser und will nicht nochmal in die Küche rennen, da kann man das auch noch ein bisschen verlängern. Das heißt, es ist auch noch praktisch und zeitsparend. Aber auch vom Rauchverhalten her macht es natürlich einen kleinen Unterschied, ob man das Ganze ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer einstellt. Für mich persönlich ist die kürzeste Einstellung immer die beste Einstellung. Das ist aber auch wieder Geschmackssache. Falls ihr euch die Pfeife holt, guckt euch da einfach mal die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten an, testet euch mal durch und dann werdet ihr rausfinden, was euch am meisten gefällt. Was man beim Rauchverhalten auch noch dazu sagen kann, ist natürlich, dass der Cooling-Adapter auch drauf passt. Das heißt, der Cooling-Adapter sorgt dafür, dass ihr dauerhaft ein bisschen den Kopf entlüftet, wenn ihr reinpustet. Im Gegensatz ohne kommt ein kurzer Luftstoß, aber kein dauerhafter Luftstrom. Dadurch könnt ihr euren Kopf immer ein bisschen kühlen, ist ein Zubehör von Stimulation, was 50 Euro kostet. Wenn ihr das Problem habt, dass eure Köpfe oft ein bisschen zu heiß werden und anfangen zu kratzen oder nach Kohle zu schmecken, kann das ein sehr cooles Feature sein. Schaut euch da nochmal die vergangenen Stimulation Reviews an, da habe ich deutlich ausführlicher über dieses Feature geredet. Abgesehen vom Durchzug, den ich ja schon als fast sehr gut bezeichnen würde mit 9 von 10 Punkten, die man da erreichen kann, ist auch das Anzugverhalten natürlich hervorragend. Wir haben eine kleine Pfeife, der Weg ist kurz, genau so mag ich das. Vom Rauchverhalten her eine sehr, sehr schöne Pfeife. Fehlt uns noch das Fazit. Also, für eine kleine 200 Euro Pfeife, die aber made in Germany ist und einen revolutionären neuen Verschluss hat, der auch halten kann, was er verspricht, bin ich absolut begeistert von der Pfeife. Und ich würde sogar jetzt schon so weit gehen zu sagen, dass das definitiv meine neue Lieblingspfeife von Stimulation wird. Expansion Mini meiner Meinung nach ein voller Erfolg, ein sehr cooles System. Ich bin gespannt, was sich andere vielleicht einfallen lassen, aber Stimulation auf jeden Fall mal wieder als erster. Die Idee gut umgesetzt und eingebaut ins Produkt. Lasst mir gerne eure Meinung zu der Pfeife unten in den Kommentaren da. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt und wie ihr das System findet, wenn ihr es dann daheim habt.